Wir spielen eine sehr alte Melodie, die der Theologe und Dichter Paul Gerhard unter dem Einfluss des Dreißigjährigen Krieges vertextet hat, die Johann Sebastian Bach weiter bearbeitet hat und die wir dann wieder aus dem, was die beiden gemacht haben, weiterverarbeitet haben. Das ist ein Stück, das thematisiert die Situation, in der es einem vielleicht nicht gut geht. Vielleicht sehnt man sich nach Friede, nach Trost, nach Freiheit, nach Gesundheit, nach Wärme. Und dann stellt man sich neben dem, ist das eigentlich besser so? Ja, dann stellt man sich neben dem, der einem das vielleicht geben kann. Oder von dem man sich das zumindest erhofft. Das heißt, ich stehe an deiner Krippe hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020